Über Coronavirus, da fällt mir ein, hab ich gleich ein Gedicht geschrieben. Das Coronavirus ist überall, es breitet sich aus wie die Lies. Da bleib' wir halt daheim, ja nicht viel unter die Leitgei. Da könnten wir doch angesteckt werden. So bleiben wir halt daheim. Ja, nicht zu viel unter die Leitgei. Man darf zur Zeit nur das Wichtigste erledigen. Gestresst durch die Geschäfte laufen. Oh, das Klopapier hab ich vergessen. Da ist halt genug Zeitungspapier zur Zeit da. Heimatstichter, Peter Dunacher.